Jo, was geht ab Leute, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute seht ihr mal wieder eine extrem witzige Challenge und zwar war die Challenge, ob wir genau in dieser Runde, die ihr jetzt sehen werdet, eine Blue Claire erspielen und was daraus entstanden ist, schaut es euch einfach an, ich kann dazu einfach nicht viel sagen, außer dass es extrem unterhaltend und witzig war, gerade das Ende Leute, gerade so Richtung 190 Herrschaftspunkte, deswegen schaut es euch gerne an, schreibt mir gerne weitere Challenges in die Kommentare, die wir vielleicht im Livestream machen können, die wir dann hier auf YouTube hochladen, deswegen schreibt es gerne rein und lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jetzt habe ich so viel gesetzt, das geht in die Hose, wie viel hast du denn gesetzt, Batman? Nee, ist voll, glaube ich. Aber eigentlich, was... Aber eigentlich, was du meine Hoffnung mit dem... äh, mit der Nuclea, Bro. Also, Pepper, ich lief gleich einfach, ne? Ich lief gleich wirklich, Alter. Sag mal, ey. Ach, Pepper, Bro. Nee, nee. So brauchst du mir jetzt gar nicht kommen. Ich kann man einfach so... so lustig einfach nerven. Ich bin... Warum bin ich für jeden so ein Leibnisch-Opfer, ne? Ich rast aus. Oh, das ist mein Turn-On gewesen. Ach, wohl. Du bist der Mini-Pepper, Bro. Die kann man nicht opfern, nennen. Digga. Ach, ich mag irgendwie Express nicht auf dem COD. Nee? Nee. Ich bin dafür, dass die Wette erst nächste Runde gilt, wenn wir wieder full sind. Aber ich habe doch gleich wieder den ersten Orbit, Digga. Chill. Digga, ich habe 5700 Punkte bis zum Orbi noch. Perfekt. Geh mal auf die Qualität. Viel Spaß, Digga. Ich brauche noch einen Kill halt, ne? Ja, ich brauche noch viele. Als ob du noch einen Kill brauchst zum Orbi, Alter. Der cheatet doch. Der aller-echte. Ach. Schön wilden Butter-Croissant. Also mit Butter. Drück mal einen ab. Oh, Digga, das sind so viele. Bro, die campen halt so geisteskrank da, ne? Jetzt rennen die weg und ich bin da. Perfekt. Ey. Ich habe eine 17er, Digga. Lass mal jetzt anstrengen, Bro. Mach mal lieber dein Orbit jetzt, Fresh. Ja, ich komme gerade so langsam rein. Ich muss mich ja erst mal auf die Map gewöhnen, ne? 19er Streak, Bro. Ey, Digga, wir haben noch nicht mal eine Flagge, ne? Hä? Digga, wir haben nicht mal einen Punkt. Ja, scheiße, ist tot. 20er. Ja, was machen die da hinten? Oh nein. Die Schwitzer-Vinos. Oh, ja, oh, no. Auf dem Zug drauf. Auf der rechts. Der ist, glaube ich, runtergedroppt. Oh, klar. Digga, wir haben keinen Punkt. Bro. Es kann jetzt noch klappen, Bro. Chill. 100, 0. Bruder. Oh, was für 100, 0. Spiel ist safe. Ich flieh dich an. Mach ich Jordan. Oh, risky hier. B habe ich schon immer gehasst, den Spot hier. Ja. Same. Oh mein Gott, er hat mich angesniped. Schicksal. Ich habe eine Drohne wenigstens. Spionageabwehrflug sind in Position. Spionageabwehrflug sind in Position. Richtig. Hab einen. Hast du die Steps auch gehört? Ja, überlaut. Digger. Oh, einer da drin, hier. Auf hinten rum. Es ist eben dieses kleine Häuschen da drin. Oh, shit, Digger. Enemy hab. Gegner hat hab. Digger, du musst du safe spielen. Nein, ich kann selber hab, Digger. Ey, Mann, Digger. Dickes F, Jungs, Mann. Ich hatte 26er Street, ich hab jetzt Hab, Digger. Bro, warum haben die einen Hab, Bro? Ja, Moin, der Hab ist schon wieder unten. Hab, Digger. Das sind solche Opfer, Digger. Nee, also, ich find die, glaub ich, nicht voll. Ich hab mal fast ein Digger-Team, ey. Ey, hast du jetzt fast ein Digger-Team-Team? Und gegen dich hast du gestern Kill-Duell verloren. Ja, und gegen dich hab ich Kill-Duell verloren. Nein, Digger. Amina, Flickflug. Ja. Ich glaub, ich war noch nie so traurig. Jetzt hab ich ehrlich, Chad, ich bin Abzug gebrochen. Ja, aber zählt die Flickflug? Ja. Oder? Okay, okay, scheiße. Danke. Chad, ich bin gebrochen. Boah, die Lobby scheiß so rein. Ich weiß gar nicht, was war's, das ist mir so schlecht, Digger. Oder ich scheiß rein, das kann ja auch mal sein. Ich darf doch auch mal reinscheißen, Digger. Boah, die Sigalinwaffe, dieser Trank. Boah, willst du eigentlich auch mal ein Orbi machen? Ich hab jetzt schon den dritten rausgehauen. Willst du mich flassen, Bro? Die Runde werde ich keinen Orbi mehr erreichen, Digger. Schreib mal bitte alle rein Mini-Pepper. Alle, bitte jeder. Jeder, der noch hier ist, Mini-Pepper rein. Bro, ich hab drei Orbi, du hast keinen. Aufhören. Hallo. Ja, passiert, Digger. Also, Bro, wirklich. Drei Orbis, du hast keinen, Digger. Ja, boin. Oh, da sind da viele. Der Orbi ist einfach wieder weg, ne? Oder es packt rum. Hey, was leck die Scheiße so? Ich freue es. Also, die leck ihn noch, äh, um was geht's? Es geht darum, dass wir wieder eine Challenge haben, hier einen Nuke zu machen, Bro. Ich auf 26er-Streak bin, sterbe, nachdem ich meinen Orbi rauskloppe, nachdem Pepo noch keinen einzigen Orbi gemacht hat. Und dann mach ich den nächsten, den dritten Orbi und Pepo hat immer noch keinen Orbi. Digger. Hey, guck mal, ich hab Orbi, Digger. Ja. Ja. Ich bin absolut gebrochen, Chat. Ich sag auch, wie es ist. Dieses Ja gerade. Ich bin gebrochen, Jungs. Ich hab doch Orbi, Ruhe, Chat. Moin. Jojo, du hast so hier gefehlt, ne? Du glaubst es nicht. Ich wurde wieder so im Stich gelassen. Alt, Digger. Wer steht denn ein Problem? Ich hab Orbi easy gemacht. Also, das war so eine Nuke, glaub ich, ja, ne? Das ist unglaublich. Gar nicht, Alter, die Gegner waren übel geschwitzt. Ich bin hier gar nicht drauf da gekommen. Oh, mal so ein 0,0. Ich schluck doch nicht so weh, du. Ich hab nen vierten Orbi. Pepper. Was soll ich sagen? Ich hab noch Cooldown, Digger. Ich hau jetzt noch ne Nuke aus, Digger. Einfach auf den Cooldown. Lass mir mal alle Kills, Bro. Ich mach jetzt noch ne Nuke. Scheißegal. Nee, nee, Digger. Ich will auch Kills. Hab schon ne 17er Street Chill, Digger. Ich mach echt noch. Okay, Digger. 18er. 19er. Oh, den drück ich jetzt finisher. 20er. Ey! Hinter dir, hinter dir, hinter dir. 21 Chill, lass mir alle Kills. Ja, ja. 22. Aber hier ist einer. 23. Nein, 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 lass mir den. Lass mir den hier. Der war am Arsch der Welt. Nein, nein, nein. Wir haben keine Orbi mehr. Nein, 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 nein. 24. Ich lass mich jetzt extra töten. 25. Chill. Ja, ich chill. 26. Die sind bei C. 27. Schnell. Schnell. Bei C, bei C, bei C sind sie, Digger. Einer oben in dem Gang. Der ist bei mir. Musst haben, 29. Nein, der wird die Kraft! Nein, der wird die Kraft! Das kann nicht sein, Bro! Ich hab' schon gedacht, was passiert ist. Ich hab' schon gedacht, was passiert ist. Ich hab' schon gedacht, was passiert ist. So? Was passiert ist, ey wir mal ein Althoughin wie ein Ass Siehball Home Ich stabiliert. Chreiende mich zu dir wie her, Herber, Jetzt Mann zuimat, noch mal sided- ChiT кр